Auch wir mussten unser Geschäft leider schließen. Wir sind aber weiter für euch erreichbar per E-Mail, Telefon, Instagram, Facebook. Ihr könnt euch bei uns auch euren Wunschartikel bestellen. Wir liefern ihn gerne zu euch nach Hause. Versucht bitte den stationären Handel noch zu unterstützen. Falls ihr in den nächsten Wochen den Gedanken habt, ihr könntet dieses oder jenes gebrauchen, ruft an. Wir geben euch gerne Informationen und werden euch den Artikel zukommen lassen. Ich glaube, alle Händler vor Ort und in Marburg würden sich sehr darüber freuen. Wir wünschen euch, euren Freunden, eurer Familie, euren Bekannten alles erdenklich Gute und viel Gesundheit. Bis dann. Bis bald.